Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass Du da bist. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Geschichtenerzählerin und ich nehme Dich heute mit aufs Ägäische Meer, auf meine Segelreise. Also, mach es Dir gemütlich oder nimm mich mit auf einen Spaziergang oder eine Fahrt im Auto und ich wünsche Dir ganz viel Inspiration mit dieser heutigen Folge. Wir sind bei der hundertsten Podcast-Folge angekommen. Tada! Es gibt hundert Folgen von Die Kraft der Geschichten und es passt so gut, dass ich diese heutige Folge zu meiner Segelreise mache, denn da hat sich für mich ein Traum erfüllt. Und ich nehme Dich jetzt mit an den Anfang, wie dieser Traum begann. Wir haben ja zwei ganze Jahre lang jede Woche eine Geschichte verschickt und sah ja voll guter Geschichten. Und meine Eltern haben das ihren Freunden geschenkt und die haben es ihrem Sohn geschenkt. Das ist ein alter Segelfreund von mir und der lebt auf der Nachbarinsel von Tahiti, auf Morea. Und so kam es, dass Max also dort auf der Insel im Südpazifik mit seinen Kindern unsere Geschichten gehört hat. Und dann kam eines Tages eine E-Mail. Er bekam nämlich auch mein Newsletter und dann kam eine E-Mail, in der stand, Annika, du bietest eine Reise nach Marokko an und eine Reise nach Irland. Wir könnten ja auch mal eine Segelreise machen. Und ich so, ja, 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 ja. Ich war so aufgeregt. Ich habe mein Herz schlagen gespürt, ist das möglich? Wird sich da jemand anmelden? Ist das nicht total verrückt? Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, ich will das machen. Und ich weiß noch, ich lag zu Hause auf dem Sofa und habe an diese Segelreise gedacht, es war, es war, als würden wir ein Piratenschiff vom Grund des Ozeans an die Oberfläche empor hieven. Es hat all meine Kraft gebraucht und mir zugleich so viel Kraft gegeben und so viel Energie. Und ich habe das richtig vor mir gesehen, wie dieses Boot aus den Tiefen empor gehoben wird und dann an die Wasseroberfläche hoch und dann noch das Wasser vom Mast und von den Planken runter trieft. Und dann war die Idee geboren. Ich habe es ausgeschrieben, ich habe es verschickt im Newsletter. Und es haben sich genau die Menschen gefunden, die zu dieser Reise gepasst haben. Und jetzt nehme ich dich mit auf einen Tag. Einen Tag auf der Achilles, einen Tag auf dem Segelboot. Du warst also auf mit mir. Ich habe an Deck geschlafen zum Sonnenaufgang, so um kurz vor sechs, halb sechs. Wirst gewiegt von den Wellen des Meeres. Der Augenblick, in dem du das Schiff betrittst, ist ein magischer Moment. Du verlässt nämlich den festen Boden unter deinen Füßen. Und es schwankt, schaukelt. Das ist, wie als würdest du eine andere Welt betreten und die gewohnte Welt hinter dir lassen. Und von diesem Augenblick wirst du bewegt von den Wellen des Meeres. Und das ist ein sehr besonderer Zustand. Du warst also auf mit mir, da an Deck von der Achilles. Und ich hatte den Teilnehmern gesagt, wir beginnen den Morgen in Stille. Und ich habe kein einziges Mal auch nur einen einzigen daran erinnert. Das war wie von selbst und ganz leicht. Ein Aufwachen und wir waren miteinander. Jeder hat den anderen wahrgenommen und so für sich aufs Meer hinaus geschaut. Den Morgen eingeatmet. Die Stille. Die Geräusche der Wellen. Manchmal gab es in der Ferne Zikaden am Ufer. Und dann um 8 Uhr sind wir mit dem Dinghy, es war so ein kleines Beiboot, was wir dabei hatten, an Land gefahren, zum Strand oder geschwommen. Es gab immer die Möglichkeit, entweder zu schwimmen oder mit dem Boot mitzufahren. Und am Strand haben wir Yoga gemacht. Ich habe Yoga angeleitet. Und mein Sohn war dabei, der Luke, der hatte seine Freundin dabei, die Andy. Und die ist Tänzerin und Choreografin. Die hat dann am dritten Morgen übernommen und mit uns Tanztraining da am Strand gemacht. Und angeleitet so gut. So professionell und so gute, tiefe Körperarbeit. Wow. Danach bin ich nochmal ins Meer und habe mich gefühlt wie ein Delfin oder eine Meerjungfrau. Bin dann zum Boot zurückgeschwommen. Da haben wir uns wieder getroffen. Die anderen sind auch entweder geschwommen oder mit dem Dinghy mitgefahren. Und dann gab es Frühstück. So einen warmen Getreidebrei mit frischen Früchten. Wir hatten vor der Abreise in Lavrion am Hafen eingekauft. Es waren fünf oder sechs Einkaufswegen voller Lebensmittel. Die wurden uns zum Hafen gebracht. Wir haben die da verstaut. Es war ein ganzer Wagen. voller Wassermelone. Und es gab jeden Morgen zum Frühstück frische Früchte, Wassermelone, Honigmelone, Granatapfel, Pfirsich, Nektarine. So paradiesisch. Und nach dem Frühstück gab es die Storytelling-Einheit. Da habe ich viele Geschichten mitgebracht. Es gab Atemübungen, die ich angeleitet habe. Wir haben erzählt und zurückerzählt. Und ich hatte eine ganze Menge Übungen dabei und auch so Ideen. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass jeder, der mitgereist ist, Lust hatte, eine eigene Geschichte zu finden, zu erfinden, zu schreiben und zu erzählen. Das war die Magie dieser Reise. Und es war das Meer, das uns umgeben hat. So aufs Meer hinaus zu blicken, in diese unendliche Weite, ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Und jeder hat da so seine eigene Geschichte aus dem großen Ozean der Geschichten herausgefischt. Grandios. Und es war eine Frau dabei, die hatte damit noch nicht viel Kontakt gehabt und auch noch nie so eine Geschichte erzählt, geschrieben. Ich kann das gar nicht, hat sie gedacht. Und nach dem dritten Segeltag kam sie abends zu mir und hat gesagt, Annika, ich habe heute eine Geschichte geschrieben. Ich nehme die Herausforderung an, ich versuche es. Und dann... Wahnsinn. So schön. Ja, nach dem Storytelling sind wir losgesegelt. Dann hieß es also, den Anker zu lichten, die Segel zu setzen und wieder hinaus aus der Bucht, aufs offene Meer. Und es war auch so schön. Unser Kapitän, der Max, hat vom ersten Augenblick an, wir waren noch gar nicht zum Hafen rausgefahren, schon gesagt, wer will steuern. Wir waren also alle Teil der Crew. Jeder hat mitgeholfen, das Segel zu setzen, das Großsegel rauszulassen, wieder reinzuholen, zu reffen, das Vorsegel rauszulassen. Wir waren alle Teil der Crew. Jeder hat mal gesteuert. Steuern war das erste Mittel gegen Seekrankheit. Wem also seekrank wurde, der musste ans Steuer. Und ich habe da auch viele Stunden am Steuer gestanden. Und das ist ein erhabenes Gefühl, dieses Segelboot über die Wellen zu steuern. Getragen vom Wind, getragen vom Wasser. Ich habe da kaum genug davon kriegen können. Da komme ich jetzt auch an so einen Augenblick, so einen Punkt, wo ich merke, mir fehlen eigentlich die Worte, um zu beschreiben, wie sich das angefühlt hat, was ich da erlebt und empfunden habe. Es lässt sich vielleicht am ehesten beschreiben mit nach Hause kommen. Ja, nach Hause kommen. Und das ist auch das, was ich in den Gesichtern all der Mitreisenden gesehen habe. Eine tiefe Entspannung, Glücksgefühle. Wir sind ungefähr vier Stunden gesegelt, mal mehr, mal weniger, je nach Wind, bis zur nächsten Insel und haben dort die nächste Bucht angesteuert. Dann hieß es wieder, die Segel runterzulassen. Und meist unter Motor sind wir dann in die Bucht gefahren und zwei sind nach vorne gegangen, um den Anker runterzulassen. Und es war auch nochmal so ein magischer Moment, angekommen in der Bucht. Der Motor geht aus und es ist still. Nur so das leichtste Schwappen der Wellen an die Bootswand. Stille. Dann war Zeit zum Schnorcheln, Schwimmen, die Unterwasserwelt erkunden. Seegras, Seeigel, Muscheln, Fische. Und wir hatten die Gabriele dabei, die Gabriele Boneberg, die kann massieren. Die Lomi-Lomi-Massage. Und es hatte dann immer einer das Glück, mit ihr an Land zu gehen oder auch an Deck und von ihr massiert zu werden. Und die Lomi-Lomi-Massage ist ja inspiriert vom Ozean. Ich habe mich da so umarmt und getragen gefühlt von Großmutter Ozeans. Das war so ein Geschenk. Ganz lieben Dank, liebe Gabriele, an dieser Stelle. Ja, zurück an Deck haben wir dann das Abendessen zubereitet und ich hatte eigentlich einen Kochplan mitgebracht, wo jeder sich eintragen sollte und dachte, das ist gut, wenn immer einer verantwortlich ist dafür, dass die Mahlzeit zubereitet wird und jeder sollte sich da eintragen. Das hat aber nicht funktioniert. Da hat sich niemand eingetragen und wir haben es auch nicht gebraucht. Es hat sich immer jemand gefunden, der gerne bereit war, die Verantwortung für das Essen zubereiten, zu übernehmen und immer zwei oder drei Personen, die mitgeholfen haben. Und wir haben wirklich köstlich gespeist. Es wurde langsam dunkel. Der erste Stern ist am Himmel aufgegangen und dann habe ich noch eine Geschichte erzählt und dann ist jeder an seinen Schlafplatz. Die Achilles hat fünf Kojen, also vorne im Bug zwei für jeweils zwei Personen, dann kommt der Salon und so die Küche gegenüber dem Sofa und eine kleine Koje und hinten nochmal zwei Zweierkojen im Heck. Wir hätten also theoretisch zehn Leute mitfahren können, wir waren zu acht. Und jeder ist dann an seinen Schlafplatz gegangen. Ich habe keine einzige Nacht in dieser Koje verbracht. Ich habe jede Nacht an Deck geschlafen, gewiegt, von den Wellen des Meeres gestreichelt, von dem warmen Wind und dann in der Nacht den Mond aufgehen sehen und silbern auf dem Wasser schimmern. Ja, jetzt hat also jeder seine Koje oder seinen Schlafplatz aufgesucht und sich von den Wellen des Meeres in den Schlaf wiegen lassen. Ja, das einzig Schwierige war, Abschied zu nehmen, würde ich sagen. Es war eigentlich so allgemein die Stimmung. Wir würden noch eine Woche dranhängen, noch länger bleiben. Das Gute ist, es gibt einen Termin für nächstes Jahr. 26. Juni bis 9. Juli geht es wieder aufs Meer hinaus. Du kannst dich jetzt schon anmelden. Es gibt wieder sechs Plätze, sechs Menschen, die mitsegeln können. Ich freue mich jetzt schon riesig, wieder aufs Meer hinaus zu segeln. Und an dieser Stelle ein ganz großes, herzliches Dankeschön an Max, unseren Schiffsführer, meinen Sohn, der Luke, der dabei war mit seiner Freundin, der Andy, die mit uns getanzt hat, da am Strand und im Schaum der Wellen und jeden Einzelnen unserer Crew. Danke. Ja, wenn du Lust hast, nächstes Jahr mit dabei zu sein, kannst du dich gleich anmelden. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Zu meiner hundertsten Podcast-Folge gibt es noch einmal einen freien Platz in meinem Online-Kurs. Authentisch, kraftvoll und frei sprechen, der im September wieder startet. Wenn du diesen Platz gewinnen willst, schreib mir einfach eine E-Mail oder einen Kommentar unter dem Podcast auf YouTube oder auf Instagram. Und dann nehme ich dich mit in den magischen Zauberhut und vielleicht kannst du geschenkt dabei sein. Bei Authentisch, kraftvoll und frei sprechen im September, mein vier Wochen Online-Kurs. Jetzt fühl dich gedrückt, fühl dich von Herzen umarmt. Nimm diesen warmen Sommerwind. Lass dich von ihm umarmen. Von Herzen alles Liebe, deine Annika